Stellen wir mal alle wichtigen Workshops auf. Add New. Bone Armors, den Bone Ballista Bolt. Bone Bed. Bone Blocks. Buckler, Chest, Coffin. Dagger, Dorf, Floodgate, Crate, Hedgecover. Slap, Spear, Browser, Nestbox, Large Pot. Also aus Knochen können wir sehr viel herstellen hier, wie man sehen kann. Kraft wurden Mechanism. Also sonst habe ich hier nur Cut-Befehle. Clean Up, Sortast. Machen wir das mal. Clean Up, Sortast. Hat er gemacht. Was hat er das jetzt gebracht? Genau. Smooth Wunsch. Naja, dass wir hier ein Soldierspeil weniger haben, was im Weg ist. Nee. Hier ist es aber auch nicht. Cloth Cotton. Skill Reaving. Unravel Call of. Craft Bedroll. Mach mal eine Bedroll, werde ich mich nochmal in den anderen Gebäuden umgucke. Polished Lock with Oil. Nee. Und du? Nee. Walk Bad Legs. Dagger. Knuckle Duster. Spears Bike. Nein. Das wäre auch ein bisschen blöd, wenn wir ein Fels brauchen, um eine Schaufel zu bauen, mit der wir am Fels kommen. Large Pot Hive. Building. Muss ich echt jetzt mal kurz spicken? Ja, für was hat man nicht? Ein Manual. Hör mit. General Info. Amor, Amor, Materials, Pets, Food. Ge-Mail Chief. Ja, Chief Shovel. Aber wo war die nochmal? Craftsman Shop. Na, okay. Darauf hätte ich eigentlich auch kommen können. Craftsman Shop. Workshop. Äh, Craftsman's Workshop. Also brauchen wir doch einen Craftsman. Wo ist denn der? Craftsman's Workshop. Ja. Stimmt. Smooth Wooden Plank. Können wir jetzt auch ein Bett aufstellen? Bett. Must be inside. Mh, Dirt World. Die Bett World haben wir ja jetzt gemacht, oder? Nee, die wird gerade hergestellt. Okay. Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt immer noch kein Bett außerhalb bauen. Können wir aber schnell entern, indem ich ein kleines Haus hochziehe. Äh, jetzt haben wir erstmal eine Shovel. Das Wichtigste zuerst. Ähm, Wood. Craftsman, Arrows, Nine. Pestle, Pot, Nine. Make Totem, make Ivory, Toothcrafts, Horncrafts. Make Shovel from Wood. Am besten gleich zwei Stück. Okay. Das heißt, wir fangen an zu graben. Also erst einmal Citizen. Den auswählen. Und dann nehmen wir ihm den Woodcutter-Befehl mal weg. Und machen den Grabbefehl mal hin. Mining. So. Und dann würde ich sagen, graben wir hier irgendwo eine Höhle rein. Wo wir unsere Sachen beerdigen können. Äh, ja. Und dann müssen wir irgendwann mal irgendwo da oben einen Schacht runtergraben, dass wir in eine Miene kommen. Dass wir an Steine kommen, um... Ah, wir bräuchten eigentlich auch Animal Traps, dass wir an Kleintiere kommen, die wir essen können. Also... Also... Designation. Designation. Mine. Nennen wir mal. So. Das dürfte am Platz reichen. Das heißt, er geht jetzt los und minert da unten mit der Schaufel. Genau. Da haben wir dann Platz für die Särge. Weil wir brauchen auch für die beiden Migrantenwellen, die kommen werden. Särge. Ähm. Adessen gucke ich mal kurz. Kleewerk Workshop. Genau. Braucht natürlich wieder Table und alles. Äh... Table und Chair. So. Hier hat er schon mal die Höhle ausgegraben. Weit weg von unserem Lager. Oh, und was wir auch gleich bauen können... Ähm... Animal Trap? Die Tierfalle. Die ZMT Animal Trap, okay. Aber nee, ich wollte eigentlich... Wo sind sie denn? Ah ja, C. Groß C. Walls bauen. Ähm... Ähm... So. Bauen wir jetzt einfach mal hier so oben daneben ein kleines Häuschen hin. aus Smooth Wooden Planks. So, hier auch nochmal. Smooth Wooden Planks. Und hier oben... Äh, das war eins zu dick. So. Smooth Wooden Planks. Und... Noch eine Mauer. Hier aus Smooth. Und noch eine Mauer. Ähm... Das sieht nicht richtig aus. Waiting for... Upstairs? Nein, 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 halt. Designation. Remove Construction. Na, ich drücke mal einmal Escape zu viel. X, 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 X. Das war falsch. Building. Groß C. Wall. Die da will ich doch haben. So. Ja, das sieht besser aus. Und nochmal Wall. Wo habe ich mich da so verklickt? Was ist denn? Upstairs. Uh. Uh. Naja. Ja, aber davon baue ich auch mal einen. Das heißt, Pause kann weitergehen. Er baut jetzt erstmal die... Wände auf. Building. Ah, nee. Workshop. Ein Clay Workshop. Ich hoffe mal... Habe ich nicht den Auftrag gegeben hier beim... Doch, habe ich. Aber die Wände sind ihm gerade wichtiger. Was ich da vollziehen kann, wäre weh kein Haus... Äh, Dach über dem Kopf. Deswegen brauchen wir auch noch eine... Wurden Door. Und wenn wir schon dabei sind... Ähm... Das war groß C. Brauchen wir noch einen Floor natürlich. Hier im Haus. So. 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 Es ist Sommer. Okay. Wir haben übrigens nur drei Jahre Zeit uns vorzubereiten. Also die ersten drei Jahre sind friedlich. Ab dem dritten Jahr... Werden uns Feinde angreifen. Oh, das Sommerlied klingt cool. Das neue. Queer Job Occupied. Was der hat... Ähm... Okay, er tut sich selbst Occupy'n. Äh, machten die Köchin da gerade. Hm. Okay, jetzt kümmert er sich erst mal um das Holzzeug. Und dann überlege ich gerade, wie wir am besten die Mauer rumsitzen nachher. Am besten hier so... Und hier so rum. Na, das hier verlagern wir eh alles dann irgendwann nach unten. Habe ich mir so gedacht. Äh. Der Hermit suspendet the construction of a wall. Warum stellt er sich immer in den Weg? Okay, remove building. Dann machen wir es eben nochmal neu. B, C, wall. Ja, jetzt hat er es gemacht. So. Als nächstes brauchen wir hier oben noch ein Floor. Building. C. Floor. No access to building material. Ich habe doch rechts so eine upstairs da hingebaut. Achso, wir brauchen noch eine downstairs. Äh, ich hätte... Dings... Komm. Gib mir die... Designation. Remove construction. Ich habe vergessen. Wir brauchen hier eine Rampe. Keine... Keine Treppe. Weil die Treppe braucht immer ein Gegenstück. Eine Rampe nicht. So. Building. Groß W... Ne, groß C. Upstairs. The ramp. Genau. Eine ramp brauchen wir hier. So. Außerdem brauchen wir jetzt... Äh, nicht eine Stature. Eine Tür. So. Ist das eine Tür jetzt? Ja. Sieht man zwar fast nicht, aber es ist eine Tür. So, eins nach oben. Jetzt können wir den Floor hier bauen. Und da müsste das drinnen sein. So. Und damit es hier mal weiter geht... Wo ist mein Hackflock... Ach, der ist hier. Machen wir mal wieder Smooth Tree Trunks. Obwohl, ich würde sagen, dass das pendeln wir einfach dauerhaft. Machen einfach... Ähm... Split Lock können wir nicht. Ach, wir brauchen Smooth Wood Locks. Okay. Er muss also erst einmal die Locks richtig glätten. Dass das geht. Und da das Haus so ein bisschen komisch aussieht... Mit der Einkerbung... Bauen wir bitte hier noch einen Floor hin. So. Gut. Das heißt, du kannst die Web removen. Ist es eine Construction? Ja. Kannst du die mal removen. Und jetzt können wir ein Bett bauen. Ähm... Smooth Wooden Bett. Gut. Yeah. Noи. Ich glatt. Då. Yeah.